Jeder der leeren Stühle, die am Montagmorgen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin aufgestellt wurden, soll als Symbol verstanden werden. Ein Stuhl für jede Person, die im geflüchteten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos lebt. Die Menschen leben da unter widrigsten Bedingungen, sind nicht in der Lage, sich zu isolieren, Hygienemaßnahmen einzuhalten und mit der Aktion fordern wir die sofortige Evakuierung der Lager. Aber erst vergangene Woche wurden die ersten Covid-19-Fälle bestätigt und die Evakuierung ist so dringend wie nie. So eine Sprecherin der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, die als eine von mehreren Organisationen an den Protestaktionen in Berlin beteiligt ist. In der vergangenen Woche hatten Vertreter des griechischen Einwanderungsministeriums in dem überfüllten Flüchtlingslager Moria bestätigt. Eine 40-jährige Person, die sich um Asyl bemühe, sei positiv getestet worden und befinde sich nun in Isolation. Durch die Aktion soll auf die Aufnahme Geflüchteter auch durch die deutsche Regierung gedrängt werden. Die Bundesregierung und Deutschland ist in der Lage, es gibt die Möglichkeiten, wir haben den Platz, die Menschen müssen aufgenommen werden, wir müssen solidarisch mit anderen EU-Staaten sein. Und es gibt hunderte Kommunen und Städte und Länder, die die Aufnahme auch bereit sind durchzuführen, die Menschen in ihren Ländern aufzunehmen und die Bundesregierung muss denen zustimmen. Die ebenfalls an der Aktion beteiligte Organisation Seebrücke gibt an, dem Städtebündnis der sicheren Häfen hätten sich in Deutschland mehr als 170 Kommunen angeschlossen. Diese sprechen sich generell für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen aus. Unter anderem hatte sich auch der Berliner Senat zur direkten Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter bereit erklärt. Bundesinnenminister Horst Seehofer stellt sich bisher gegen diesbezügliche kommunale Vorstöße. Bundesinnenminister Horst Seehofer